Dispositionssystem Ein Dispositionssystem ist ein EDV-System, welches routinemäßig Entscheidungen im Unternehmen unterstützen soll. Die Entscheidungen werden dabei anhand von formalen Entscheidungsmodellen und Verfahren getroffen. Die Entscheidungen betreffen dabei nur einen kurzfristigen Entscheidungshorizont und haben keine strategische Ausrichtung. Häufig ist das Dispositionssystem in das ERP-System eingebunden. Autonome Dispositionssysteme bekommen die Stamm- und Bewegungsdaten durch eine Schnittstelle vom ERP-System geliefert. Externe Dispositionssysteme zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität und Geschwindigkeit aus. Darüber hinaus sorgen Dispositionssysteme für eine qualitative Dynamisierung beispielsweise in den Sicherheitsbeständen oder auch in den automatisch erstellten Bestell- bzw. Produktionsvorschlägen. Mit präzisen Absatzprognosen und dynamischen Sicherheitsbeständen sorgen sie für ein bedarfsgerechtes Bestandsmanagement. Durch die Ausgliederung der Daten in ein externes System können wichtige Dispositionsentscheidungen simuliert und analysiert werden. So werden Bestellungen oder Produktionsaufträge erst ausgelöst, wenn eine Entscheidung ins ERP-System zugeschrieben wird. Sie hörten den Artikel Dispositionssystem, gesprochen am 30. Mai 2013 von Marc Kohaupt mit dem Benutzernamen Debuglevel. Der Artikel findet sich unter www.de.wikipedia.org-wiki-dispositionssystem. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 und portet, sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org oder www.knu.org nachgelesen werden.